Also am 13. August 2019 findet die Uraufführung von dem Stück Siegfried statt. In Bayreuth. Und unser Freund hier hinter uns ist auch schon ganz aufgeregt. Ja. Und sogar ein Bild von ihm. Hier. Und wir glauben, er macht sich schon auf den Weg. Er braucht natürlich eine Zeit lang. Aber am 13. August ist es soweit. Dann ist auch unsere Freundin Bayreuth angekommen.